Sie haben einen Doktor. Er muss was für Stichs haben. Es ist ziemlich sicher. Es wird ein guter Ort, um meine Arme anzunehmen. Na gut, wir werden jetzt einfach mal so gucken, reinzugucken. Weil beim letzten Mal haben wir ja den Fehler gemacht. Da haben wir ja gesprochen. Ich weiß nicht mal genau, wie der hieß. Aber, oh Gott, wir sollten vorsichtig sein. Vorsichtig. Geht nicht, ne? Wahrscheinlich müssen wir trotzdem das uns antun, was wir da uns angetan haben. Hallo? Achso, das ist ein Holzscheit. Weißt du, das ist ein Holzscheit. Meho, ist das egal. Da haben wir natürlich die beiden. Jetzt haben wir nochmal das Gespräch. Okay, oder nicht? Lassen wir das einfach. Ignorieren. Oh, wir können es nicht ignorieren. Es macht mich so, wie ein verdammter Idiot, wenn wir nicht auf der gleichen Seite sind. Wir sind auf der gleichen Seite. Nicht da draußen, wir waren nicht. Nicht über die Mädchen. Ich dachte, du bist so hart. Was willst du mir machen, Bec? Ein Blatt in sie? Ich will, du denkst, um unsere Familie zuerst. Das ist alles, was ich überdenke. Also, nicht mir keine Scheine. Ich brauche den Regier. So, diesmal. Komm, wir machen das dann. Wir müssen es ja sogar machen. Oder wir können auch zurücklassen. Ich würde sagen, wir lassen es. Wir wissen, dass es anscheinend nichts bringt. Oh, komm. Tun wir es einfach nochmal. Vielleicht kriegen wir ihn überzeugt, wobei ich das eher nicht denke. Was zur Hölle machst du? So. Du hast mich in der Hälfte. Weil du gebetet hast. Willst du bitte mir helfen? Ich muss meine Arme fixieren. Bist du aus deinem Gehirn? Selbst wenn du nicht mit einem Lerker, welches du wahrscheinlich bist, du kannst nicht hier sein. Du musst rausgehen, du verstehst? Geh zurück in die Hälfte und Carlos wird dich in der Morgen geholfen. Ich bin sorry, ich habe dich verraten. Du solltest. Ich habe niemanden, der mir helfen kann. Mal gucken, was jetzt passiert. Bitte, hilf mir. Bitte. Nicht kreien. Ich werde nicht kreien. Ich bin nur... ...zureden. Wow, 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 wow. Jetzt ist plötzlich was anderes. Ich werde nicht vergessen, dass du mir hilfst. Ich wüsste, dass du nicht. Ich versuche. Ich bin schuldig, wenn jemand herausfindet, dass ich das getan habe. Du verstehst? Ich bin schuldig, dass du nicht schuldigst. Ich bin schuldigst. Schuldigst? Ich mache das nicht. Ich versuche es auf mein eigenes Leben. Okay, schau, ich weiß nicht, was ich kann finden. Ich bin schuldigst. Ich bin schuldigst. Ich bin schuldigst, aber ich kann mich etwas clean finden, das funktionieren würde. Ich brauche etwas, um es zu schuldigen. Und eine Kugel und Kugel könnte auch helfen. Ich weiß gar nicht, woher zu suchen. Carlos hat Medikamente in Lockdown. Wir haben nicht viel in den letzten Tagen. Well, was auch immer du kannst, ich finde den Rest auf mein eigenes Leben. Okay, warte hier. Das ist ja... Vereinfacht einiges. Wobei, jetzt wäre ich gerne ins Haus geschlichen, wie beim letzten Mal. Deswegen hasse ich Aufnahmesessions unterbrechen. Ah! Ich habe dir ein paar Bandage gefunden. Oh. Und ich habe dir eine Juicbox, in der Fall du es nicht. Oh! Das ist ja voll nett. Alvin, Hausmeeting in 5 Minuten. Oh, okay, danke. Jetzt musst du gehen. Ach du Heilige. Haben wir es geschafft? Oder müssen wir nochmal reinschleichen? Was haben wir? Ja, wir dürfen noch reinschleichen. Ich dachte fast schon gerade. Wieso? Mann, da haben wir aufgehört. Okay. Ja, wie sollte es sonst gehen, Mann? Denkst du, die lassen alles offen? Wir müssen da runter über das Sperrholz da unten, ne? Denke ich mal zumindest. Es sieht eher danach aus, als ob man da durch müsste. Ich denke nicht, dass sie hier irgendwas offen lassen, aber man könnte ja hier versuchen. Ah, oh, oh, oh. Ja, okay. Ich sehe das Problem. Okay. Es tut mir leid, dass wir so gesehen jetzt ungefähr 5 Minuten verkorkst haben, aber ich möchte lieber drin sein. Möchte nicht. Dadurch sieht man meine anderen Entscheidungen, zu was die verholfen haben. Nämlich zusätzlich zum Verband-Dings und zum Plastischen und, ne, Lumpen und Trinkpäckchen. Was auch immer genau die gut sind. Andererseits haben wir uns bei ihm versucht einzuschmeicheln, was je nachdem positiv oder negativ sein kann. Da wir ja Hilfe schon angenommen haben, kann das je nachdem negativ für uns werden. Aber das nur so im Voraus gesagt. Die Facecam ist jetzt nicht so flüssig, nur so jetzt gesagt, weil ich möchte, dass man mich gut sieht und right light. Also die besondere Sache von meiner Webcam macht es noch ruckeliger. Oh, ich denke, es wird verleuchtet. Dafür bin ich, verdammt nochmal, gut erleuchtet. So. Ja, 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 das sieht sehr gut aus. Müssen gucken, können wir nicht noch weiter nach außen? Wir können da aber nicht rein. Mit fünf Minuten ist theoretisch Sprechung. Weiter nach außen können wir nicht, ne? Ja, das ist die Begrenzung. Oh, jetzt haben wir... Auch zu machen mit dem Hammer. Ja, stimmt ja, wir haben ja einen Hammer übrig. Ist egal. Vorsichtig rausziehen. Vorsichtig rausziehen. Ich sagte ja, vorsichtig. Wahrscheinlich bekommen wir deswegen ein Problem, nämlich ein Zombie-Problem, weil wir da unten jetzt offen lassen, ne? Oh Gott, das wird wahrscheinlich richtig geil. Mit der Hauptsache, das sind voll die lauten Sounds, ne? Mach hinter dir Zugklemmen. Nein! Du lässt es offen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, hat da jemand... Die haben Wasser? Nee, noch ein Wassersystem? Das ist die Falltür. Jetzt erstmal gucken, was ist mit dem Taschenmesser. Ich glaube, das ist leiser, oder? Scheiße. Na super, jetzt haben wir unser Taschenmesser kaputt gemacht. Wir hätten sofort zum Hammer rübergreifen sollen. Ja, andererseits haben wir es aufgemacht. Mit dem Hammer kann man auch töten. Mit dem Hammer auf mein Leben. All the time. Nein. Wir müssen öffnen. Wahrscheinlich kommen die Zombies genauso weit. Wie in der Oceans. In der Küche sind sie. Sie ist mit jemandem. Es gibt keine Wäsche, die hier von sich selbst. Sie hat gesagt, sie war mit einem Freund. Sie haben einen Mann. Ja, genau. Wer auch hier ist, Sie werden wahrscheinlich kommen, wenn sie sich anschauen können. Sie kommen und wir haben ihre Leid in der Tür. Du denkst, wir sollten sie hier bringen? Nein, ich sage nur, es würde nicht so gut sehen. Es ist nur eine prekautionäre Beine. Jeder, der andere kann das tun. Oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, es wird hier so ein Megaproblem geben. Gerade durch das, was wir tun. Was wir hier so rumschleichen, ey. Sehr vorsichtig. Da kann immer noch jemand drin sein. Sieht aber zum Glück nicht so aus. Schrecktisch? Was haben wir? Namen? Ist da was für ein Geräusch? Ist das scheißegal, was die da drüben tun? Wo ist jetzt die Ausgangstür? Die ist mir erstmal... Schmutzepiepe, egal. Den Tisch anschauen. Müssen wir wahrscheinlich hoch. Na super, das ist... Das ist ja noch praktischer, wenn wir hoch müssen. Weil knarzende Treppen wahrscheinlich. Und wahrscheinlich kommt jemand runter. Knarzende Holztreppen. Ich habe es gewusst. So, ob die das nicht hören würden. Schmutzpüchel. Schmmutzpüchel. Du shoppest nicht hier sein. Danke, du musst... Ich versuche nur zu schützen meinen Arm. Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Mein Vater sagt, dass ich nicht mit dir sprechen sollte. Ich werde mich in die Probleme machen. Hilf mir, und ich will nicht ihm sagen. Ich... Ich bin verletzt. Bitte hilf mir. Ich... Ich muss nicht... Was ist mit dir passiert? Ein Tier hat mich verletzt. Das ist schrecklich. Ich glaube, es tut mir leid. Ich könnte sterben, wenn ich es nicht verletze. Verstehst du das? Ich brauche etwas, um es zu verletzen. Oh Gott, das kann falsch sein. Mein Kind hat es gesagt. Oder? Ja, man kann auch davon sterben. Wir haben viel zu tun. Er ist noch nicht zu verletzen. Seitdem wir uns verletzten. Ich werde dir helfen. Gut, danke. Ich bin Sarah. Hallo Sarah. Ich bin Clementine. Ich bin Clementine. Wir sind Freunde. Genau? Wir können beste Freunde sein. Ich habe noch eine andere Frau in meinem Alter seit kurzem. Es ist schwer, die einzige Frau zu sein. Rebecca ist okay, aber sie ist alt. Und das ist es. Ja, wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Das ist wichtig. Freunde müssen uns geglaubt. Wir verletzen sich noch nicht. Ich verletze ich. Wir verletzen sich noch nicht. Aber bis gleich. Ja, heilig Witzkanei. Schon wieder eine Unterbrecher. Das gibt es einfach nicht. Diesmal war das. Bisschen persönlicher. Wegen der Gamescom. Wegen bestimmten Sachen wurden wir angerufen. Was das zu bedeuten hat? Nichts. Wir machen weiter. Wir versuchen es trotzdem zu versprechen, auch wenn ich keine Ahnung habe. Ich versuche. Ich auch. Freude. Hoffentlich geht es gut. Aber Freunde zu machen ist immer gut. Ich werde sehen, ob ich das, was mein Vater benutzt, wenn ich einen Kuss bekomme. Lass mich umschauen. Ich denke, das ist es. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück zu Sarah. Du kannst es nicht hören, aber jemand wird dich finden. Nichts. Ich werde nicht. Danke, Sarah. Müssen wir uns merken. Wir haben jetzt eine Freundin. Wir brauchen noch eine Nadel. Oh, die Nadel im Heuhaufen oder was? Oh, da ist das Wasser noch drin. Ist ja klar, um das Wasser zu sparen oder wie? So wie es aussieht, ne? Medizinschrank. Das ist die einzige Nadel. Ist das so schlapp? Ja, wenigstens nicht sauber. Hoffen wir es. Sieht zumindest aber aus. Sneaky sind wir. Das ist nicht gut, das versteht. Das ist überhaupt nicht gut. Hilfe. Ich hatte ein Besseres für ihn. Dammit. Das ist noch die. Leg dich hin, Clementine. Just need to have this baby. Let it be okay. Let it be his. Ja, hoi, 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 Alter. Wie sollen wir jetzt raus? Wie sollen wir jetzt verdammt nochmal raus? Als ob das jetzt safe ist. Hallo, können wir raus? Hey, Sarah. Nur bei deiner Seite raus. Was machst du hier noch? Wo kann ich meine Arme anziehen? Ich weiß nicht. Woher kann niemand dich hören. Das ist, wie, nicht hier. Sie finden dich sicher. Great. Ich hoffe, dein Arme fühlt sich besser. Ich möchte es nicht riskieren. Ich weiß nicht, was mich da unten erwartet. Sei vorsichtig. Du guckst gar nicht, ob da jemand ist. Ich muss mich bitte rausgehen. Es ist nicht mehr weit. Wir haben es geschafft. Alter, wir sind so richtiger Pole, Alter. Ich weiß nicht, ob man sich entdecken lassen kann. Ja, doch. Man muss sich doch entdecken lassen können. Oh, Mann. Oh, jetzt kommt die schöne Arbeit. Das erinnert sehr arg an Heavy Rain jetzt gerade mich. Wo du schnippi, schnippi machen musst. Mehr sage ich nicht. So, jetzt kommt die schöne Arbeit. Oh.